Ach, ich würde jetzt so gerne meinen Bärenmarker-Schüttel-Shake trinken. Aber dann muss man den erstmal schütteln. Das ist nichts für Stubenhocker. Ich hab ne Idee, kommt mal mit. Oh prima! Na toll! Los! Richtig kürzlich kürzlich! Das reicht aber noch nicht. Ah, ich hab eine Idee! Wir spielen Verstecken. Ah, Dipsi, du bist! Hier bin ich! Hier bin ich! Hier bin ich! Hey, das ist meins! Hinterher! Mein Schüttel-Shake! Da ist sie! Wir haben ihn! Mhh, lecker! Endlich! Es geht über Bärenmarker, Bärenmarker-Schüttel-Shake. Schaut mal da! Wow, der Bärenmarker-Bär! Es geht über Bärenmarker, Bärenmarker-Schüttel-Shake. Ja, ich bin so gesund! Die Bärenmarker-Schüttel-Shake. Ich bin so gesund! Vielen Dank.